Schönen guten Tag! Ich wurde unter einigen Videos gefragt, wie man sich denn jetzt am besten ausrüstet, weil das Ganze hat sich ja ein bisschen geändert. Es ist nicht mehr so, wie es das früher war. Früher gab es diese ganzen Gamma-Dungeons und so weiter nicht und deswegen gehen wir das jetzt einmal in Ruhe durch, um das für alle glatt zu ziehen, die neu in Wrath of Sledge King Classic sind oder halt Wiederkehrer, die das mit dem ganzen neuen Dungeon-System und so noch nicht verstanden haben. So, also wir beginnen erstmal Frisch-Level 80, Item-Level, ja, sagen wir mal so Gearsquart 2000, 2400, also wirklich nur grün und blaues Gear vom Questen. So, für diese Leute empfehle ich erstmal, ganz normal über den Dungeon-Browser, der wurde jetzt implementiert, über die Taste I, hier in zufällige Dungeons Wrath of Sledge King zu laufen. Hier bekommt man erstmal seinen Grundstock. Also man sollte da die höheren Dungeons am besten vor allem laufen, weil die mehr bringen als jetzt zum Beispiel Burg Adgard oder so. Das sind ja diese Dungeons, die ab 69 schon freigeschaltet sind, die bringen einem nix. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man aber das Ganze überspringen und direkt mit Heroisch rein starten, weil das sind dann fix 80er-Items, die natürlich dann auf Heroisch mit einem höheren Item-Level euch gegeben werden. Damit kommt ihr ein bisschen besser voran. Wenn ihr dann da euer Grund-Gier gesammelt habt, ich sag mal, alle Items sind so 80er, 78er-Items, so um den Dreh, dass ihr da wenigstens schon mal einen Grundstock an Items habt, dann geht's weiter in die Titan-Rune-Dungeons von Alpha bis Gamma. So, bevor wir darauf eingehen, möchte ich euch aber noch ein Add-On an die Hand legen. Und zwar heißt das Ganze bis Tooltip. So, dieses Add-On gibt uns einen Vorschlag an Items, die für uns von Vorteil sein können, also beziehungsweise nimmt eine Datenbank von WoW-Head, welche Items gut sind, und so kann man im Spiel immer nachschauen, welche Items habe ich denn schon, was ist eine Verbesserung, was vielleicht nicht, und markiert uns auch hier, wenn wir die Items schon ausgerüstet haben. So. Aber weiter geht's jetzt erst mal mit den Dungeons, weil auch da es manchmal Sachen gibt, die in dieser Liste auftauchen können. Und deswegen geht's jetzt hier weiter, und zwar bei diesen Titan-Rune-Dungeons. Hier droppen 200 und 213er Sachen aus Raids tatsächlich auch mit rein. Und das ist natürlich stark. Bei Titan-Rune-Protokoll-Beta sind das sogar schon Item-Level 225, wo man ja wirklich sagen kann, das sind dann wirklich große Upgrades, und vor allem auch Trinkets aus Raid oder, 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 die halt wirklich einen massiven Boost uns nach oben geben. Und wenn wir dann, ich sag mal, Item-Level 220, 225 erreicht haben, weil wir bekommen hier die ganze Zeit auch Marken von den Bossen, die wir bei den Händlern hier einlösen können, um unsere Ausrüstung aufzuwerten, dann sind wir bereit, auf jeden Fall auch für die Gamma-Dungeons. Und bei den Gamma-Dungeons ist natürlich einmal klar, Triumph-Marken, die wir die ganze Zeit bekommen, aber auch diese Geißelsteine des Enviers. Und die sind wirklich sehr stark, denn wir haben einmal hier die Möglichkeit, 245er-Items, und wenn wir mal weiter hinten gucken, auch noch 252er-Items zu kaufen, und zum Beispiel hier so ein Trinket, fantastisch stark, selbst ich, ich bin schon in ICC 10er und 25er gelaufen, also dem aktuell letzten Raid, und auch ich brauche noch dieses Trinket, weil es einfach für mich ein Upgrade ist. Deswegen, das lohnt sich sehr, hier mal vorbeizuschauen und damit den Marken sich da was zu holen. Vergesst aber nicht den Händler gegenüber, und zwar ihr könnt hier diese Geißelsteine umtauschen in diese Marken. Und hier gibt es unter anderem auch mal die ein oder andere Waffe, oder auch wirklich, also auch gute Trinkets, auch alte Level 245er-Waffen, das bringt einen auf jeden Fall weit nach vorne. So, das war der Bereich Dungeons. So kann man sich über Dungeons equippen. Das ist schon mal ein starker Grundstock, aber jetzt ist natürlich noch interessant Raids. So, was sollten wir da mitnehmen? Also, da haben wir natürlich einmal die Archeronskammer. So, da. Archeronskammer, 10er, 25er. Hier ist das Ding, ab nächster Woche kommt noch ein Boss dazu. Und dann wird es auch den Loot aus der Eiskron-Zitadelle geben. Ihr seht hier, hier gibt es Z-Teile, zum Beispiel für den Hexer, Beine und Hände. Da kann man sich die Marken sparen. Deswegen das auf jeden Fall jede Woche mitnehmen. Vielleicht laufen die Leute auch noch mal den vorletzten Boss. Da bekommt ihr dann hier PDK-Loot, also Prüfung des Kreuzfahrers-Loot. Ist auch wirklich stark. Deswegen Archeronskammer, so, kleiner Versprecher. Auf jeden Fall mitnehmen, das lohnt sich. Dann gibt es noch einen kleinen Raid, und zwar Onyxias Horde. Onyxias Horde könnt ihr auch, wenn ihr so 225, 230 erreicht habt beim Item-Level, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall anmelden. Das ist vollkommen in Ordnung. Genau das Gleiche bei Prüfung des Kreuzfahrers. Prüfung des Kreuzfahrers, aber im Normal-Mode, also nicht heroisch. Da ist es, denke ich, auch fair, wenn man sich im 10er mit 225, 224 anmeldet. Das Item-Level, was er droppt, ist 232. Im 25er sollte man so 225 bis 230 haben, um sich anzumelden. Und in den heroischen Varianten ist im 10er, denke ich, gut. So ab 240, ja, das ist ein bisschen hochgegriffen. Sagen wir mal 235, und im 25er, ja, da so 238, 240. So. Ja, und wenn ihr dann 240 erreicht habt, was ja relativ gut möglich ist, hier 258er-Items, 245er, dann geht es langsam in Richtung Eiskronen-Zitadelle. Und in der Eiskronen-Zitadelle, ich denke mal, da kann man sich auch so anmelden, so ab ähnlich wie PDOK im Normal-Mode, 10er aber wohlgemerkt, 238, 240er Item-Level, so, also ungefähr so, mein Stand kann man da ganz gut mitlaufen. Im heroischen Modus muss man natürlich einmal eine feste, eingespielte Gruppe haben, ne. Es gibt aber auch manchmal so Pack-Rates, wo man mitlaufen kann. Und dort empfiehlt es sich dann schon, mit ein bisschen mehr Gier aufzutauchen. Also so 245 ist hier, glaube ich, Minimum. Alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen frech, weil man einfach dann nicht genug Power hat, um genug Schaden auszuteilen oder als Tank genug auszuhalten oder halt genug zu heilen. So. Ja, das Gleiche gilt auch für den 25er-Mode. Und, ähm, am Ende muss man sagen, ist das System ganz schön gemacht, was natürlich schade ist. Die alten Raids fallen so ein bisschen hinten rüber. Ähm, es gibt auch noch zusätzlich zu den ganzen Dungeons und zusätzlich zu den Raids, ähm, drei neue Dungeons. Die wollte ich noch mal mit hineinnehmen. Die sind auch so ein bisschen, um nachzuequipen, gar nicht schlecht. Die Top-232er-Gier, die kann man übrigens auch im Gamma-Modus laufen. Und im Gamma-Modus gibt es dann auch diese tollen Marken dafür, die ich euch vorhin gezeigt habe. Aber, ähm, ja, also die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Hier die Seelenschmiede, Grube von Saron und Hallen der Reflexion. So, jetzt bin ich hier ganz bewusst an diesem Punkt hier gelaufen. Warum? Und zwar gibt es noch mal tägliche Aufgaben. Hier für die Gamma, fürs Gamma-Protokoll. Hier gibt es Frostmarken. Das ist die aktuellste Ausrüstung, die man erhalten kann über diese Frostmarken. Also Eisgrund-Zitadellen-Gier. Und, äh, dann gibt es noch eine Weekly. Die gibt es auch bei ihm hier. Da wird dann zum Beispiel gesagt, man soll einmal die Woche Satarion aus dem Raid Obsidian-Sanktum, also aus alten vergangenen Raids, töten. Da gibt es da noch mal zehn Marken für. Deswegen, also das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und, äh, ja, das ist, glaube ich, ein guter Weg, um sich über den PvE-Content auszurüsten, um langsam hochzukommen. Ähm, ich hoffe, das Ganze war so ein bisschen verständlich. Ne, wie gesagt, ich habe ja viel mit Item-Level und Gearscore geredet. Ähm, ja, an sich, ähm, denke ich, kann man damit gut arbeiten. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Spielen, viel Erfolg beim Gieren, liebe Grüße und bis dann!